Halli hallo Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Lara Croft and the Temple of Osiris Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der liebe Odin Wunderschön, hab ich dich aus dem Konzept gebracht? Nö, Schraffniss ist die jetzt kaputt Du hast gesagt Lara auf Kraft und ich bin hier mit Osiris ging's Und ich hab gesagt, oh, ich wollte Destin spielen Oh, hast du schießt gemacht? Jetzt bist du wegteleportiert, jetzt bin ich hier alleine Oh Ich zerstöre gerade hier den Tempel weiterhin Ja, dann werde ich hier mal ein bisschen verweilen in diesen komischen, äh, in der Bienen Station Komme, aber wir müssen mal gucken, weil hier ist dann ja so eine 1000 Euro Kiste, die will ich dann nachher mir mal holen Also zurück zum Schreien, richtig? Zurück zum Schreien, richtig Odin Stück für Stück, bis er zu uns zurückgekehrt ist Dies ist doch bloß eine Hand Kannst du aber L2 drüben? Ja, kannst du ja mal Okay, jetzt kriegen wir die Dinger hier Ja, gucke, da, noch ein Arm und Spibene Und die andere Seite? Ach, du bist Warte mal, noch ein Arm Äh, die Bienen Bene Ne, da gibt's Fuß und Bein, denke ich mal Auge, äh, Kopf Da gibt's Fuß und Bein, denke ich mal Ach so Ja, dann wird das jetzt hier noch der, äh, Oberarm Unterarm, Oberarm Fuß, Bein, Fuß, Bein, Kopf Genau Okay, dann schauen wir doch nicht Na komm Ach, guck, da Siehst du das? Da fehlt doch noch der Kopf, der, der Arm Mhm Da ist noch so ein Totending Hier ist noch so ein Toten, Totenteil, Ding Was ist denn für Totenteil, Ding? Da hier oben Da ist nix Doch, da oben Da ist nix Doch, da oben Da ist nix Da Da ist nix Bei mir ist da was Bei mir auch nicht Komm hier aber auch nicht hoch Kannst du mal hier hochgehen und mir denn das Seil hochspornen Wenn ich hier hochkomme Komm hier mal gar nicht hoch Warte mal, wenn ich jetzt hier Wenn mir nicht Dann dreh dich mal auf die Seite Ah, jetzt komm ich hoch Ah, okay Ja, haben wir eingesammelt Ja, aber warum würdet mir an jetzt reichen Ist bei dir der Platz hier leer? Ja Bei mir ist hier die Maske und dreht sich Warte, ich mach mal einen Screenshot Schicke ich dir nachher jetzt Beweis Ich glaub dir's doch Ne, ich, ich kenn deinen Ich glaub dir Du kennst meinen Ich glaub dir Mhm Den Spruch kann stecken lassen Was ist denn da? Ist doch schön gesprengt Wenn er einen Ort baute Wollte er damit alle Götter ehren Zoom Da kommst du deinen Kopf rein 7 von 10 Oh Das ist doch nicht Dankeschön Sehr nett von dir Das wird ein Hit Ja, ja Oh, Remix Hier, warte, wir haben heute noch nicht geholt Bye Onkel, du kannst auch nicht gucken Aha Das ist doch Ich halte So eine simple Sache Ich hab mir so da hinten auf den Kopf geachtet Wie du runtergefallen bist Musst du loslachen Ja, du, rutschloch Mensch Wir hätt noch weiter gehen können Onkel ist schuld Na, geh du mal runter Yeah Ach je, das macht wirklich die falsche Taste Das ist doch nicht für deine Angst, oder? Ich hab gesagt, wir sollen hier lang, aber da war doch da vorne eine Tür Also, dann müssen wir ja doch hier lang, Onkel Ja, und? Nee, dann will ich hier nicht lang Komm, wir mal Ihr wollt euch nehmen, was rechtmäßig mir gehört Denkt ihr, das lasse ich einfach zu? Ähm Ja, wo sind denn? Ich denke mal, ich muss mit der Kugel da hoch und dann Ah, alles klar Ich hab Ich muss mit der Kugel da hoch Dreieck Boah, ich spiele Das ist wirklich ein Dredd hier Eben, zwei Oh, nee Oh, da drauf Oh, nee Wow! Bevor du den Tempel kaputt machst, äh... Messen? Oh! Geschafft! Mit dieser Sphäre des Sonnenlichts können wir das Grab betreten. Es sind noch so viele Diamanten hier oben. Ich hätte nämlich gerne, wenn wir hier sowieso lang müssen. Ich dachte eigentlich nicht, dass wir hier lang müssen. Da hätte ich nämlich am liebsten da dann noch das andere gemacht. Was denn für ein anderes? Na, da war doch noch weiter vorne ein Stück eine Tür, oder nicht? Wo es rechts reinging. Boah, der irrt mich. Genau. Da müsste man mal schauen. Ich glaube, hier oben geht es noch. Ich glaube, da muss man von hier aus hin, oder? Ja. Ja, ja. Machen wir mal das Licht an. Schiff. Ich glaube, das ist wie ein bisschen das ist. Aber siehst du das? Wir sind ja schon wieder in einem ganz anderen Gebiet. Hier mit meiner Laterne Und meine Laterne mit mir Dort oben leuchten die Sterne Und dann da leuchten wir Mein Licht geht aus Ich geh nach Haus Ich hab meine Laterne abgegeben So ist jetzt die Röntges wieder aufgegangen Ich weiß es doch nicht Ja Warte mal Ich möchte sagen Hier vorne war doch auch noch Da ging es doch noch hier runter Hast du ja hier vorne weggesprengt Ja Da Oh Okay Okay Warte So Geht es da weiter oder wie Ja Aber ich meine es noch Okay Warte Okay Muss ich kurz warten Ich muss jetzt weiter rennen Ja Ja Das war jetzt Ja Hast du jetzt schon wieder Darf es nicht über die gleiche Platte zweimal gehen Stimmt Oh 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 Irgendwie neue Wasser Jagdgewehr Das klingt doch mal gut Ich muss es nicht haben Ich hab meinen Stab Der sucht Maximum Gesundheit ist überall Mamsimum 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 War doch gut Das ich gesagt habe Wir müssen hier noch runter Mamsimum Ja Achso Entschuldigung Ich wundere mich gerade Warum der nicht so schlimm Wie ich wohl will Mal gucke ich Die ganze Zeit auf Onkel Seine Tussi Guck mal Hier ist der hat so ja Blitze So Wie Odin Odin hat auch Blitz Was zu mir Ich hab Feuer Weil ich hab auch Feuer Na der Nassi unten hat kein Feuer Das sieht nur rot aus Weil willst du wissen Dass ich nicht Nass meine Tussi nicht unten Feuer hat Ja guck Guck mal Die Maske steht schon wieder da Siehst du die hier unten Nein Warum sehe ich die nur Und du nicht Weil du ein Bug bist Hier oben die Maske siegt auch wieder Ja toll So wie siegt auch nie Welche Maske ich schon habe Oh da oben noch Diamanten Ja gerade gesehen Das scheiße ist das doch Wieso steht vier mal Tausend noch Äh 14.000 Bei mir Und wieso steht bei dir Nur 1,5 Mal 6.000 Ne 63.000 Eben Warum steht bei dir 1,5 mal Und bei mir steht Vier mal Weil du Ähm Geier bist Ick Na klar du Was Immer Icke Na klar Siehst du doch Du bist ein liebster Geier Du geierst dir alles weg Auch gar nicht Eben Geierst du alles weg Und machst Heute mal was Mach immer was Du hast nichts Du hast nichts Jetzt stehst du wieder Bis rum Hä Was ist jetzt passiert Ich stehe doch hier unten Hä Wir müssen doch sowieso Hier wieder durch Hä Warte mal Ja dann können wir gleich Wenn ich das hier oben Erholen Ah Woll mal Maximum Munition Erholen Ähm Hast du was Hör mitgekriegt Dass wir Hörnisch rein dürfen Ja 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 wieso sind wir denn jetzt wieder draußen Weiß es nicht Ach jetzt Fuck So grab Des Silberschmied Okay Beschädige Eisenringe Des Schutzes Okay Maximum Munition erhöht Brauchen wir Okay sollen wir machen Hm Maximum Gesundheit erhöht Eisenjuweltalisman Äh Ich Ich So was kannst du dich kümmern Wenn du Hörn Hättet Den Scheiß Das hab ich Kein Lust Das nach zu suchen Mythos Tut mir leid Alte Gewohnheit Ja hier Kepri war ein Diener von Ra Dem Sonnengott Er war für den Sonnenaufgang Verantwortlich Er hat die Sonne Über den Himmel gerollt Wie ein Skarabeos Eine Kugel Dung Daher der Käferkopf Sie haben eine Passage Übersehen Er hatte auch mit der Mythischen Erschaffung Der Welt zu tun Wir haben keine Zeit Für die Vergangenheit Sterbliches Jeden Moment Den wir warten Kommt sie entnehmen Und es ist noch viel zu tun So Ich hab wieder verkuckt Du bist ja oben So Das sind die Ach man Ist Klar Ach so Du müsstest mit dem Stab An die Spiegel raus Jupp Müsst alle drei Gleichzeitig Müsst aber Müsst aber Wo ich stehe Gehen hin Da ist doch keiner Mensch Du sollst dahin Stehen wo ich bin Mann 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 Oh hier kommen wir ja Achso, da musst du dir jetzt dabei helfen oder was? Da musst du mir jetzt dabei helfen. Warte mal erst mal ganz kurz. Ist hier denn irgendein Spiegel hier hinten? Nein. Na komm. Boah. Was ist denn? Okay. Achso, ne Klau. Geh mal bitte hinter die andere Kugel. Schießt durch die Tür auf meinen Spiegel. Genau. Jetzt wird es in der Nacht gleich heller. Hui. Woah. Und gebt ihr nicht auf. Ihr wisst, was ihr macht ist sinnlos. Es ist keine Schande, sich dem Schicksal zu ergeben. Und nie hier. Es wird Zeit, eurem Niederlager einzugestehen. Aber nicht heute, fürchte ich. Okay. Ach, alles klar. Jetzt wüsste ich, warum ich jetzt nicht mehr stehe. Du musst jetzt schräg schießen, oder? Ja. Du musst schräg schießen. Schräg schießen. Genaau. Genaau. Wow. Das ist natürlich cool hier. Die würde ich gerne mir woanders hinlegen. Und zwar da. Welche Minuten? Ah, hier. Wir können eigentlich stehen. Ja, wir können eigentlich stehen. Warte mal, machen wir gleich. Genau, machen wir gleich hier. So. Wollen wir gleich den Part hier zu Ende. Ja, liebe Freunde, wie es dann hier weitergeht, dieses schöne Rätsel, was jetzt hier kommt, werden wir dann morgen, nee, beim nächsten Mal erfahren. In den nächsten drei Jahren, irgendwann. Wie immer, Odin unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Tschaußen. Tschüss.